Mary von Dänemark modische Liebeserklärung an Frederik nach Krisengerüchten Mary von Dänemark hat Berichten zufolge eine modische Liebeserklärung an ihren Ehemann Kronprinz Frederik gemacht, um Gerüchte über eine Krise in ihrer Ehe zu dementieren. Die königliche Familie wurde in letzter Zeit vermehrt Gegenstand von Spekulationen über eine mögliche Trennung, doch Mary setzte ein deutliches Zeichen der Verbundenheit, indem sie bei öffentlichen Auftritten auffällige Kleidungsstücke trug, die eine Botschaft der Liebe und Zusammengehörigkeit vermittelten. Die modische Liebeserklärung von Mary soll dazu beigetragen haben, die Spekulationen über eine Krise in ihrer Ehe zu zerstreuen und die öffentliche Wahrnehmung ihrer Beziehung zu festigen. Es zeigt, dass sie und Frederik trotz der Herausforderungen des royalen Lebens weiterhin eine starke und liebevolle Partnerschaft führen. Die königliche Familie von Dänemark ist bekannt für ihre Eleganz und Stilbewusstsein, und Mary hat einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur eine talentierte und engagierte Kronprinzessin ist, sondern auch eine einfallsreiche und kreative Persönlichkeit, die mit Mode und Design spielt, um ihre Gefühle auszudrücken und ihre Liebe zu ihrem Ehemann zu zeigen. Vielen Dank.